Wenn ich mich hinsetze und der Körper die Möglichkeit hat, sein vegetatives Nervensystem zu balancieren, profitiert der Körper sofort. Egal ob es eine Minute ist, fünf Minuten oder zwei Stunden. Hallo Egera, hier ist der Podcast mit gesunder Bündnerverstand präsentiert von ÖKKA. Mein Name ist Fabio Ney. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute könnt ihr euch freuen. Es wird ruhig, es wird etwas für den Geist. Wir gehen nochmal aus dem hektischen Alltag heraus, nämlich in die Meditation. Wann ist Meditation Meditation? Was bringt es dem Körper und dem Geist eben wirklich? Und was hat eigentlich die Wissenschaft dazu? Das schauen wir an mit einem ganz spannenden Gast, Emanuel Diekmann. Er gibt Meditationskurs und ist daneben auch noch Physiotherapeut, Osteopath und auch noch Naturheilpraktiker. Egera, herzlich willkommen im Podcast. Guten Morgen. Es freut mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Und ich möchte das Gespräch gerade starten mit so diesen Mythen, die etwas umgeistern rund um das Thema Meditation. Und zwar der erste vielleicht, und du kannst da jeweils kurz darauf reagieren. Meditieren tut man im Schneidersitz und macht dazu so Homm. Das ist natürlich ein sehr lustiges Klischee. Es gibt wahrscheinlich solche Meditationen. Nur die Zen-Meditation, die wir praktizieren, sieht anders aus. Meditieren kann nur, wer diszipliniert ist. Wenn man Disziplin von außen aufbringen muss, dann wird es schwierig. Die Disziplin muss von innen ganz normal kommen. Also nichts Aufgesetztes, sondern aus einer eigenen Motivation heraus. Nach einer Meditation muss ich mich zwingend gut fühlen. Ja und nein. Es gibt Meditationen, wo ich mich sehr gut fühle danach. Es gibt Meditationen, wo ich sehr traurig bin. Es gibt alle Zustände, nach Meditation und in Meditation. Aber es geht nicht darum, einen Zustand zu erreichen. Denn Meditation ist eine Art Religion. Meditation ist die Religion, bevor Religionen entstehen. Und noch die allerletzte Frage ist, Meditation löst alle meine Probleme. Ja, richtig. Gut, dann steigen wir jetzt hier ein und sind gespannt, ob du die steile Aussage auch halten kannst. Wir machen so ein bisschen Meditations-Einmal-Eis mit dir und gehen da alles mal durch. Und die erste Frage ist so, ja, ein bisschen sehr generell, aber wir müssen uns klären, was ist Meditation überhaupt? Im Zen gehen wir eigentlich davon aus, dass wir gar nicht meditieren. Unsere Zen-Praxis, beschrieben von Dugend Zenji, einem Meister im 12. Jahrhundert, spricht nicht von Meditation. Wir haben kein Ziel, wir setzen uns hin, ganz ruhig, aufrecht und sitzen und lassen den Geist treiben, Emotionen treiben und sitzen in dieser ruhigen Form eine gewisse Zeit. Eben, wir reden jetzt immer von dem Meditieren. Jetzt gehen wir mal auf das, was man am ehesten noch kennt, dass man wirklich eben zurückgezogen meditiert und für sich und über längere Zeit. Was passiert da mit einem, wenn man einfach dort ist und kein äusserer Reiz, kein Handy, kein vorbeifahrendes Auto, einfach nichts sieht? Man wird klar. Das ist das Allererste. Die Leute, die zu uns kommen, bringen sehr viel mit aus dem Alltag. Medialen Stress, nutritiven Stress, das heißt also Ernährungsstress. Sie bringen verschiedenste Traumata mit aus ihrem Leben. Und das sind natürlich alles Dinge, die im Rucksack dann bei den Leuten drin sind und die werden alle einzeln ausgepackt und der Rucksack wird leichter und leichter. Gut, jetzt haben wir das versucht zu umrahmen, was Meditation ist. Für viele ist Meditation etwas noch anderes, nämlich eine Handy-App, wo sie am Abend einschalten und dann einfach irgendwie auf den Balkon gehen oder auf das Bett gehen. Zählt das für die als Meditation oder ist das einfach in dem Sinn die Popkultur von der Meditation, die heute ausgelebt wird? Grundsätzlich ist das eine tolle Entwicklung, dass sich die Leute mit so etwas mehr auseinandersetzen. Es spiegelt das Bedürfnis der Gesellschaft wieder, Ruhe und eine Form der Befreiung zu erfahren. Unsere Gesellschaft hat sehr viele Umwälzungen in den letzten Jahren erfahren. Thema Covid, kriegerische Auseinandersetzungen, Umwelt und so weiter. Und das sorgt natürlich für sehr viel Konfusion bei den Menschen. Das heißt, das Denken wird zum Problem. Die Lösungsfindung wird zum Problem. Und so etwas wie meine Ruhephase, eine geistige Ruhephase, wo das Denken nicht mehr die Wirklichkeit dominiert, das ist etwas, was der Gesellschaft sehr gut tut. Und aus dieser Perspektive heraus ist das der richtige Weg und das geht in die richtige Richtung, würde ich sagen. Wer kann es überhaupt machen, Meditation? Wenn ich in der Lage bin, Bewusstseinsprozesse zu erzeugen und diese zu sehen. Das heißt also, wenn ich in der Lage bin, einen ruhigen Geist zu entwickeln, der letztendlich die Phänomene vorbeiziehen lassen kann, dann bin ich in der Lage zu meditieren. Gut, okay, das ist jetzt schon sehr technisch. Das heisst eigentlich, wer es herkriegt, die Ruhe zu finden und sich auch darauf einzulassen, der kann es machen. Verstehe ich die richtig? Ja. Okay, wie kommt man dorthin? Wie schafft man das überhaupt? Also erstmal braucht es die Motivation. Das heisst eine günstige Situation, eine karmische Situation, die es überhaupt zulässt, sage ich mal. Also wirklich eine echte innere Motivation. Und dann ist es eigentlich recht einfach. Man nimmt ein Kissen, setzt sich hin oder nimmt einen Stuhl und setzt sich hin, richtet sich auf, nimmt eine Uhr, sagt jetzt, ich sitze jetzt 20 Minuten und dann sitzt man einfach nur kerzengerade und lässt die Phänomene vorbeiziehen. Was sind so klassische Anfängerfehler? Oder wenn jetzt jemand wirklich das Kissen nimmt, herrsitzt, das mal macht über mehrere Tage, was siehst du für Fehler, die die Leute machen? Das Erste ist, dass die Leute versuchen, ohne Lehrer und Lehrerinnen zu meditieren. Warum ist das nicht gut? Weil bestimmte Vorstellungen und Geisteshaltungen in den Menschen existieren, die zu grossen Fallstricken führen können und die dann letztendlich eine Praxis, eine Haltung erzeugen, die nicht wirklich befreiend ist. Was sind es sonst noch für Fehler, vielleicht auch von der Sitzposition her oder weisst du von der Dauer, dass man nach fünf Minuten abbricht oder was siehst du manchmal noch für Fehler? Bei vielen sehe ich, dass sie übermotiviert sind und versuchen, mit einem Volllotus von Anfang an zu sitzen und versuchen, sich immer zu orientieren an den alten Praktizierenden. Manche Leute haben vielleicht Operationen im Kniebereich oder Hüftgelenke oder so etwas. und diese Leute haben häufig die Vorstellung, dass sie nicht in der Lage sind zu meditieren, weil sie nicht im Volllotus sitzen können. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist das eine. Also diesen Druck rauszunehmen, dass man in eine bestimmte Körperposition kommen muss. Schmerzen sind ein grosses Problem für Anfänger. Viele erleiden wirklich grösste Schmerzen und Qualen auf dem Kissen. Für Anfänger ist das wirklich nicht optimal. Die sollten also den Druck ein bisschen rausnehmen. Und wenn wir jetzt vom Alltag geredet haben, wie regelmässig sollte man das machen? Jetzt sagen wir mal so die Vorstufen, wo man es noch so ein bisschen allein probiert, bevor man sich jetzt eine Meisterin, eine Meister sucht. Was empfiehlst du da? Ich empfehle jeden Tag zu sitzen. Das ist natürlich optimal, am besten morgens und abends, wie es auch in den Klöstern praktiziert wird. Wie lang? Dort wird normalerweise circa eine Stunde morgens und eine Stunde abends gesessen. Das ist so im Klosteralltag, ist jetzt für den normalen Familienvater oder die Familienmutter nicht wirklich machbar häufig. Von dem her würde ich empfehlen, einfach kürzer zu sitzen, 20 Minuten vielleicht und dann so regelmäßig wie möglich. An was für einem Ort soll das sie? Das sollte am besten ein eingerichteter Platz sein, dort wo man immer wieder sitzt. Er muss jetzt nicht total ruhig sein, weil das Ziel ist jetzt nicht in irgendeine Stille zu kommen oder sonst etwas. Es kann auch im Wohnzimmer irgendwo sein, wo auch Geräusche noch da sind, wo vielleicht noch eine Straße zu hören ist. Es geht ja darum, die Phänomene und die Gedanken ziehen zu lassen und das ist meistens die große Herausforderung. Also Platz ist eigentlich überall. Es ist natürlich sehr schön, wenn man einen festen Ort hat, der natürlich auch zum Meditieren einlädt. Du hast es angesprochen, Kinder sind ein Thema, die kommen dann natürlich her, das interessiert sie nicht, ob Papa oder Mama jetzt meditieren oder nicht. Kann man die Kinder integrieren oder ist es wirklich ein Störfaktor, wo es geht halt nicht? Also grundsätzlich stören Kinder nie. Kinder sind sehr ursprünglich. Kinder sind eigentlich uns etwas voraus. Sie haben halt noch diese Verbindung zur Quelle. Wenn man vorhat, lange regungslos zu sitzen, muss man natürlich letztendlich sich so ein bisschen trennen von den Kindern. Das geht nicht anders. Aber es ist wirklich unterschiedlich. Manche Kinder nehmen es gut an. Vor allem mögen Kinder diese Energie, wenn man dann wirklich von der Meditation kommt und im wirklich im fühlenden Wesen und mit offenem Herzen den Kindern begegnet. Zu dir kommen auch viele Sportlerinnen und Sportler, die Meditation verwendet. Was bringt ihnen das? Weil das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Die müssen ja aktiv sein und am Fire sein für ihre Wettkämpfe und dann sitzen die ja da einfach bei dir. Im Sportbereich ist es so, dass sehr viel mental läuft. Wir sind von den Trainingsmethoden sind wir wirklich schon am Limit. Wir haben alles ausgereizt, physiologisch. Wir haben super gute Sportmediziner und so weiter. Und dann kommt etwas, was im mentalen Bereich ist. Sehr viele Sportler werden gecoacht und neben dem normalen physischen Training und neben den physiologischen Aspekten spielt der Geist eine sehr große Rolle. Je ruhiger und klarer der Geist ist, desto leistungsfähiger ist ein Individuum. Und sehr viele Sportler stehen unter massivem Druck, stehen wirklich im Fokus der Gesellschaft und das ist natürlich eine Möglichkeit, um wieder zu sich selbst zu finden und eigentlich noch leistungsstärker zu werden. Das ist sicher auch für dich interessant, wenn du die Top-Athletinnen und Athleten siehst und dann mit ihnen das anpackst, das Experiment. Ja, es ist natürlich eine große Herausforderung. Ich habe Weltklassesportler auch mit ins Kloster genommen und die dann natürlich mit diesem Leistungsverständnis auch dann in Phasen gegangen sind, in Meditationen, die, ja, sie haben dort versucht, ihr Leistungsding durchzuziehen und was mich erstaunt hat, war, wie mental stark diese Leistungssportler eigentlich schon sind. Das fand ich sehr faszinierend. Also, da ist so ein Mindset, der ähnlich angelegt ist. Hast du da ein Beispiel von einem Spitzenathlet, wo du etwas Überraschendes erlebt hast? Claudio Caluri zum Beispiel. Das ist ein Downhill-Profi gewesen. Den habe ich mitgenommen zur härtesten Meditation im Winter bei uns, zum Rohatsu Sershin. Okay. Das ist sehr fortgeschritten, sehr reduziert und der hat das mit, eigentlich fast mit links hat er das gemeistert. ist natürlich auch an seine Grenzen gekommen. Ja, das ist sehr eindrücklich. Dann kommen wir noch auf die wissenschaftliche Analyse von dem Ganzen, weil Meditation hat wirklich einen guten Einfluss, das kann man auch nachweisen. Zum Beispiel in der Stressreduktion, was läuft im Körper genau ab? Die Stressachsen, die werden ausbalanciert, also die Ausschüttung von Stresshormonen, die werden natürlich, diese Ausschüttung wird reduziert, das ist ein positiver Nebeneffekt und die Selbstzerstörungsmechanismen der Zellen, die genetisch programmiert sind, die werden auch letztendlich nicht so schnell aktiviert, das ist ein Effekt. Was gibt es sonst noch für körperliche Auswirkungen? Keine Ahnung auf das Immunsystem, Blutdruck oder so? Das Zentrum des Immunsystems ist ja der Bauch und die Meditation hat letztendlich als Zentrum den Bauchraum. Das heißt, durch das tiefe Ein- und Ausatmen und Bewegen und Mobilisieren des ganzen Bauchraums wird das ganze Immunsystem stimuliert, das Zentrum des Immunsystems, das ganze Kreislaufsystem, Puls, Blutdruck und alle anderen Parameter im Herz werden optimiert. Das sind aber nur so Nebeneffekte. Aber was du mitkriegst, ist, wie die Leute, die mit dir meditieren, sich nachher fühlen. Was sind Rückmeldungen, die du bekommst, wie sie sich körperlich fühlen nach so einer Meditation? Sie fühlen sich sehr stark im Körper verankert. Das heißt, Leute kommen in den ersten Phasen erstmal wirklich in den Körper, sie reinkarnieren, sie fahren in das Fleisch. Das heißt, wenn wir Stress haben, dann verlassen wir so ein bisschen unsere Körperlichkeit, unsere Physis und die Meditation bringt die als allererstes zurück in ihren Körper. Das ist die Art Berührung. Das klingt sehr erstrebenswert. Ja, ja, und das ist sehr einfach und sehr alltäglich. Okay, also einfach hast du gesagt. Ja. Gut, wenn jetzt jemand anfängt zu meditieren und sich da reingeht, wann kann man damit rechnen, dass man sich besser fühlt, dass es gute Auswirkungen auf den Körper hat? Sofort. Das heißt, wenn ich mich hinsetze und der Körper die Möglichkeit hat, sein vegetatives Nervensystem zu balancieren, profitiert der Körper sofort. Egal, ob es eine Minute ist, fünf Minuten oder zwei Stunden, sofort findet eine Verbesserung aller physiologischen Prozesse statt. Also sehr interessant, wir haben den Rundum Schlag gemacht, wir sind von dinerer Tradition über die populäre Meditation gekommen, was davon zu halten ist, wo man auch vorsichtig sein muss, was man mal ausprobieren kann. Wir haben es von Sitzen an Lotussitzen, dass es Schmerzen machen kann, extreme Formen, wenn man sich wirklich mal Wochen zurück züchten, etc. Jetzt kommen wir noch auf deine ganz persönlichen Erfahrungen. Du hast gesagt, es mit einer Hausarbeit angefangen und bist voll in das Thema dringegangen. Was fasziniert dich an der Meditation? Was mich daran hält, ist wirklich, ich werde immer daran erinnert, wie gut die Zen-Praxis ist, wie gut die Meditation ist, wenn ich auf Probleme im Alltag stoße. Das heißt, wenn irgendwelche Beziehungsprobleme da sind, wenn irgendwelche Krisen da sind, irgendetwas, dann hilft mir die Meditation sehr stark, um die Sachen zu relativieren und ich merke einfach, dass ich besser funktioniere, wenn ich meditiere, viel besser funktioniere und dass ich etwas Gutes ins Leben bringen möchte und den Wesen einfach helfen möchte. Das heißt, mein Herz geht auf, diese Ketten um mein Herz werden aufgesprengt durch die Zen-Praxis und es kommt einfach mehr Schönheit in mein Leben. Also jetzt haben wir sehr viel erfahren über dich und Meditation und dass du das seit Jahrzehnten machst. Was noch interessant ist, ich habe herausgefunden, du bikst aber auch, du sprayst auch noch, wie passt das mit Meditation zusammen? Ja, hervorragend. Ich meine, ich liebe das Leben, und wir leben auch das Leben und der Körper ist natürlich auch ein Fahrzeug, was sehr wichtig ist für die geistigen Ebenen und deswegen liebe ich einfach auch Musik, Sport, Biken, bin künstlerisch unterwegs und das ist hervorragend, das ist kein Widerspruch. Du bist nicht in einem klösterlichen Alltag sondern du brichst immer wieder aus und gehst zurück zur Meditation. Das ist mein klösterlicher Alltag hier. Wir haben keine Vorstellung von falscher Heiligkeit, wir sind völlig integriert im Leben, wir heiraten, wir feiern Feste, wir trinken Wein und wir essen ganz normal Fleisch. Das hat nichts mit heilig sein zu tun, sondern mit Leben und Lebensfreude. Wie viel meditierst du im Schnitt pro Tag? Ich habe derzeit eine sehr geringe Praxis, das heißt, das ist eine Stunde täglich. Ja, eine Stunde ist immer noch viel für viele, aber für dich in dem Fall nicht. Ja, also eine Stunde ist das Minimum bei mir und genau. Und was ist so eine Meditation, die du nie vergessen wirst? Du hast es eben schon gesagt, es gibt sehr strenge Formen oder intensive Formen. Was ist so etwas, was du dich ewig zurückerinnern wirst, was du mal Meditation gemacht hast? Das war, das weiss noch ganz genau, das war nach 20 Jahren Zen-Praxis in verschiedenen Klöstern in der Welt. Ich habe schon gedacht, ich hätte alles gesehen und erlebt und bin dann nach Bordeaux in ein Kloster gekommen und habe dort dann ein Mini-Ango mitgemacht. Das ist eine sehr intensive Vorbereitungsphase auf eine dreimonatige Meditation und dort habe ich die volle Power aus Japan abbekommen und das war etwas, was ich nicht in Worte fassen kann. Das hat mein Herz so stark berührt, da ist wirklich ganz viel in mir passiert und da habe ich gedacht, ich habe noch nie vorher Zen praktiziert. Es hat wirklich mein Herz massiv geöffnet. Also das war etwas, wo ich sage, das war es und in die Richtung geht es. Also viel schönere Schlusswort kann ich mir gar nicht vorstellen. Danke viel mal Emanuel Dickmann, dass wir hier sein konnten und dass du uns in die Meditation reingenommen hast, in das ganz faszinierende Thema, das eine Jahrtausende alte Tradition hat. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn ihr euch weiter für das Thema interessiert, dann kann ich zum Beispiel die Simpler App empfehlen. Die ÖKK hat die ganz neue in allen gängigen App Stores zum Abladen und dort hat es auch Meditationsübungen, die man machen kann, um diesen Einstieg ins Thema zu finden. Vielleicht kommen wir dann auch mal so weit wie Emanuel Dickmann, der das sehr professionell mittlerweile macht. Jetzt sage ich ausnahmsweise nicht Tschüss, wenn wir es am Schluss normalerweise machen, sondern ich würde jetzt einfach eine neue Situation, ich würde dir das Wort übergeben und du darfst mir jetzt anleiten oder was auch immer wir jetzt machen, ich weiss es nämlich nicht. Gerne. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit der klassischen Sitzhaltung, Sitzhaltung auf dem Stuhl. Das kann jeder machen. Wir gehen einfach so weit nach vorne, dass die Fußsohlen beide Bodenkontakt haben. Wir legen die Hände ineinander auf den Schoß, die linke Hand ruht in der rechten Hand, die Finger liegen übereinander, die Daumenspitzen berühren sich ganz sanft, die Kleinfingerseite liegt am Unterbauch an, die Daumen bilden weder Berg noch Tal, die Schultern hängen, der Rücken ist aufgerichtet, das Kinn wird leicht zurückgezogen, sodass der Nacken lang ist. Wir nehmen die Sitzbeinhöcker wahr, unsere stabile Basis. Der Kopf ist über den Schultern, die Augenbrauen sind horizontal zum Boden, die Zunge liegt am Gaumen an, der Mund ist geschlossen, der Blick ist 45 Grad vor uns abgelegt, der Blick ist weder nach außen orientiert noch nach innen, der Blick ruht, die Atmung kommt und geht bis tief in den Unterbauch, die Gedanken kommen und gehen und wir sitzen im Hier und Jetzt.